Nee! Ladies and Gentlemen, wir haben einen Gutschein. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit und ich habe den Crash Cosmetics Adventskalender. Ich habe sehr, sehr lange drauf gewartet und habe die ganze Zeit überlegt, schaffst du es noch, schaffst du es nicht. Jetzt ist er da und wir werden ihn heute testen und ich bin super gespannt, was hier drin ist. Ihr wisst es, Luisa und ich sind gut befreundet. Und es ist natürlich immer schwierig, für eine Freundin eine Review zu machen. Aber ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass ich da keinen Quatsch mache. Und ihr wisst auch, dass die Crash Cosmetics Adventskalender eigentlich immer die besten sind, die es überhaupt gibt. Denn wir haben nur Full Size Produkte mit drin. Wir haben Crash Produkte mit drin und wir haben sogar zwei neue Produkte mit drin. Die werden wir heute testen und ich würde vorschlagen, let's go! Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid noch so ein bisschen in Adventskalender Stimmung. Denn ich vermute, das ist der letzte Adventskalender, den ich auf jeden Fall testen werde. Aber mir war es natürlich auch nochmal ein Anliegen, ihn euch zu zeigen. Weil A, natürlich Luisa eine gute Freundin ist. Und B, das wirklich ein Kalender ist, der nicht so random zusammengestellt wurde, sondern Full Size Produkte. Der Warenberg liegt bei 260 Euro, glaube ich, grob gerechnet. Und ich bin ganz gespannt, was drin ist. Und ich würde vorschlagen, wir helfen auch direkt ins Video und starten. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mehr bedeutet es die Welt. Und ich lade hier mindestens drei, meistens sogar vier bis fünf Videos die Woche hoch. Also drückt gerne auf den Abonnieren-Button. Und ich weiß, die Frage wird kommen, was ich auf meinen Lippen trage. Das ist der Asam Beauty Eye Designer in Vibrant Brown als Lip Liner. Und auf den Lippen trage ich einen meiner neuesten Lieblingslippenstifte von Art Deco. Das ist Paradise Paris oder so. Das ist die 30A. Wunder, wunderschön. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wir starten. Erstmal, das Design ist wunderschön. Er ist sehr, sehr groß. Und er kann nicht extra in Plastik eingewickelt. Und hinten haben wir ein super, super süßes Bild. Und da sind auch schon die Marken drauf. Luisa tut sich immer mit Marken zusammen, die sie auch selber sehr, sehr gerne benutzt. Ich weiß, dass wir hier Rival Love's Me drin haben. Essence, Nabla sogar. Ich bin nicht zu viel spoilern. Let's go. Ihr kennt meine Adventskalenderregeln. Ich zeige euch nicht, in welcher Reihenfolge die Kalender drin sind. Damit, falls ihr ihn haben wollt, ihr natürlich auch noch eine Überraschung habt. Ich verlinke ihn euch auch unten. Keine Filet-Code. Ich kriege kein Geld dafür. Es gibt ihn bei Crash und bei Purish, glaube ich. Wir starten mit einem Eyeliner. Der ist von Trended Up. Das ist der Dippit Beginner Eyeliner. Mit zwölf Stunden Halt. Schwarzer Eyeliner kann man immer gebrauchen. Und vor allen Dingen, das ist ein Full-Test-Produkt natürlich. Ihr habt eine sehr präzise Spitze, mit dem ihr einen guten Liner ziehen könnt. Ihr könnt selbstverständlich auch den Inhalt dieses Adventskalenders gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur diesen Emoji in die Kommentare posten. Innerhalb der nächsten Woche werde ich das Ganze dann auslosen. Und ich glaube, wir sind bei 40 Paketen mittlerweile. Weiter geht es mit einem Liquid Eyeshadow von Rival Loves Me. Das ist die Farbe Into the Universe. Den hatte ich mal in einer Review getestet und ich fand den mega. Der geht so ein bisschen in die Duochrome-Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da ist so ein bisschen bläulich und ein bisschen lila und ein bisschen grünlich. Sehr, sehr spannend. Und das sind halt auch so Produkte, die nicht so typisch Adventskalender-mäßig mit drin sind. Meistens sind Adventskalender so, es ist irgendwas super Schlichtes und nicht so spannend. Und ich glaube, weil wir alle Beauty-verwöhnt sind, wollen wir Produkte haben, die spannend sind, aber die wir auch benutzen können. Das ist sehr cool für euch Langhaar-Mäuse. Und zwar ist hier ein Invisibobble mit drin, aber nicht nur einer, nein zwei und ein Volumizer, mit dem man so einen etwas höheren Pony heißt das, glaube ich, machen kann. Das ist so ein Luisa-Produkt. Auch hier, das ist durchsichtig und nicht farbgebunden. Das ist etwas, da habe ich nie wirklich drüber nachgedacht, außer bei Concealern. Aber natürlich, klar, auch bei Zopfgummis, wenn die in hell sind oder in dunkel, das ist durchsichtig, das ist farbunabhängig. Das ist ein schweres Päckchen. Uh, das ist ein extra angefertigtes Produkt von Luisa und zwar Skincare. Sie hat sich mit Ave & U zusammengetan. Ave & U X Crash The Youth Boost. Ein Time-Reversing Firming Oil Serum. Limited Edition, das ist natürlich krass. Das ist fürs Gesicht, das ist natürlich super spannend. Erstmal Packaging, super, super cool. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, krass. Hier sind zwei Sachen drin. Und Zook von Nux oder Nux. Nux ist eine sehr, 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 sehr teure Marke. Und zwar haben wir hier eine Handcreme. Die sieht einmal so aus. Und wir haben ein Öl. Das Öl habe ich tatsächlich auch in Full Size, weil ich, ich habe das Nux, habe ich mal in der Apotheke gekauft. Weil ich so trockene Haut hatte und das hat wirklich gut geholfen. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, das ist auch fürs Gesicht, steht hier mit drauf, für Gesicht, Haare und Körper. Wenn deine Foundation zu trocken ist, kannst du das da mit reinmischen und das sieht phänomenal aus. Wir haben ein paar Lashes von Ardell. Das sind die Whispies 113. Super tragbar, nicht zu künstlich. Die haben nämlich ein durchsichtiges Wimpernwändchen. Und Wimpern kann man irgendwie immer gebrauchen. Also sehr, sehr gut. Von Nivea, eine Tagespflege mit 24 Stunden Feuchtigkeit und Vitamin E. Hat sogar einen Lichtschutzfaktor mit drin. Klingt gut. Bin ich gespannt. Ich habe tatsächlich ein paar Nivea-Produkte aus dem Nivea-Adventskalender, die ich gerade für euch teste. Also wenn ihr da ein Update haben wollt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wir haben ein sehr, 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 sehr großes Päckchen. Ich liebe es übrigens auch, dass es von vielen Seiten bedruckt ist, sodass man das natürlich auch nochmal wiederverwenden kann. Ich wäre traurig gewesen, wenn es nicht mit drin gewesen wäre. Und zwar der Oschi, der Riesen-Oschi und die normale Größe von Luvia und Crash Cosmetics. Das ist ja ein Produkt, das kann man immer gebrauchen. Selbst wenn ihr den schon habt, irgendwann ist der durch. Ich packe euch in den Schrank. Und die sind mittlerweile, also ich glaube, die kosten ja schon 16 Euro oder so. Wow! Geht gut los. Bis jetzt war kein Flop dabei. Auch spannend. Skincare. Skincare war, glaube ich, in den letzten Adventskalendern eher weniger mit dabei. Das ist von Transparent Lab. Die Marke habe ich tatsächlich schon mal getestet. Ein Lip-Treatment mit Hyaluronsäure und Ceramiden. Ich lasse das jetzt mal zu. Das ist nämlich alles für euch. Aber auch das finde ich gut. Es steht sogar pH-Wert drauf. 5 bis 5,5 für sensitive Haut, für trockene Haut, für alle Hauttypen gemacht. Glutenfrei, vegan und ohne Duftstoffe. Weiter geht es mit einem... Uh, ah, das ist natürlich spannend. Das ist, das kenne ich noch gar nicht. Das ist ein Wimpernkleber, aber wie so ein Eyeliner gemacht. Aber nicht ein Eyeliner. Und der hat Biotin und Rosenwasser mit drin. Der das wahrscheinlich pflegen soll. Und der soll sehr stark haltend sein. Der ist dunkel. Es heißt also, wenn du einen Eyeliner trägst, kannst du den mit benutzen. Sehr, sehr spannend. Den würde ich mir fast sogar rauslegen. Weil ich selber einfach so einen nicht habe. Ich benutze immer den von Essence, weil man den gut abziehen kann. Aber der hält halt nicht. Boah, ein großes Päckchen. Ich habe die noch nie in echt gesehen. Und das sind ihre Nägel. Das sind die Crash Cosmetics Nude Ombre Nails. Ich fand die Samen bei Luisa immer wirklich wunderschön aus. Da habe ich persönlich jetzt keine Verwendung für. Aber die meisten von euch werden Fingernägel tragen. Und die fühlen sich echt gut an. Also wenn man es mal so hält. Ja, finde ich gut. Viele verschiedene Größen sind hier auch mit drin. Ich glaube, wenn man Nägel trägt. Und die meisten von euch werden sicherlich Nägel tragen. Wenn ich ihr kennt mit Sicherheit jemand, der es verschenken kann. Auch sehr, sehr hochwertig gemacht. Schön schwer. Super. Die kannte ich doch nicht. Luvos ist so eine Marke, die funktioniert immer. Und das ist eine 2 in 1 Maske. Also zwei Phasenpflege. Ihr habt auf der einen Seite Clean Maske. Und danach die Hydro Booster Maske. Also zwei Schritte. Luvos ist eine recht teure Marke in der Drogerie. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe Masken. Ich mache fast jeden Tag eine Maske. Weil ich dieses Gefühl so sehr gerne mag. Dieses Auftragen und sich vorsichtig übers Gesicht fassen. Mag ich persönlich sehr gerne. Uh. Dangerous Woman. Das ist ein Parfum Pen. Ach, das habe ich noch nie gesehen. So was. Das ist ein Stift. Hm. Oh. Hm. Kinky. Das ist ein Stift. Den kannst du dir hier so ein bisschen hinmalen. Punktuell. Wenn du weißt, irgendjemand wird im Laufe des Abends, des Tages an dir vorbeiziehen. Und das sorgt dafür, dass der Duft, den du danach rüber sprühst, natürlich noch ein bisschen besser hält. Das ist ein sehr tragbarer Duft. So ein bisschen pudrig. Ein bisschen feminin. Aber nicht so overpowering. Also du kannst auf jeden Fall einen anderen Duft mit draufpacken. Und wenn mich nicht alles täuscht hat, Bruno Banani. Sogar sehr, sehr spannende Duft-Dukes. Cool. Hier ist sogar noch ein Nagelkleber rausgefallen. Ich vermute, dass der hier zu den Fingernägeln gehört. Uh. Ein full, super schwer, 200 Milliliter von Langhaar-Mädchen. Ein Pflegefluid. Liquid Wonder. Für langes, geschädigtes Haar. Mie. Mandelblüten-Extrakt, Aminosäuren-Komplex, sekundenschnelle Intensivpflege, Pflege in neun Sekunden. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich habe tatsächlich noch nie was von Langhaar-Mädchen probiert. Sollten wir vielleicht mal testen. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungswerte gesammelt mit einigen dieser Produkte. Und sagt, okay, das ist wirklich ein super, super gutes Produkt. Das kauft ihr eh immer nach. Dann schreibt es gerne einmal in die Kommentare. Damit helft ihr nicht nur mir, sondern auch anderen Mäusen der Community. Zwei Produkte wieder. Das muss ich sagen, das finde ich gut. Das macht halt Spaß. Weil du bist natürlich beim Adventskalender und denkst dir so, okay, da ist ein Produkt drin. Ne, zwei. Hier haben wir was von Essence. Und zwar die I Love Extreme Mascara. Die mag jeder. Die ist sogar in Wasser fest. Und ein Plumping Nudes Lip Gloss. Auch hier. In einem sehr, sehr schönen, tragbaren Ton. Essence ist eh wunder, wunderbar. Und dadurch, dass es zwei Produkte sind, top. Wie kann es denn sein, dass hier bis jetzt nicht ein Produkt drin war, wo ich gedacht habe, mh. Weil es passt halt alles so ein bisschen zusammen auch, ne? Du hast die Wimpern von Adair und du hast den passenden Kleber mit dazu. Du hast einen Eyeliner, den du dafür benutzen kannst. Du hast was für die Lippen. Du hast ein Liquid Eyeshadow. Du hast Skincare. Du hast was für die Haare. Und eine wunder, wunderschöne Lip Liner Farbe von Max Faktor. Das ist die Farbe Brown and Nude. Made in der Tscheche, made in EU. Wunderschöne Farbe. Ihr wisst, ich mag Max Faktor total gern. Und bin auch der festen Überzeugung, dass Max Faktor eh viel zu unterschätzt wird. Und das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Okay, weiter geht es. Zwei Produkten in einem Kästchen. Ich vermute, das sind Pinsel. Und zwar haben wir hier einmal den C01. Das ist so ein krasser Pinsel. Ich habe den schon mal irgendwo gesehen bei Luisa in der Story und habe mich gefragt, was ist das für ein Pinsel? Das ist ein Facebrush, der so ein bisschen in die Richtung Rose geht. Also der hat eine ganz, ganz spannende Form. Der hat vier Ecken, ist extrem weich und ist perfekt. Der Grip, damit kannst du Kontur sehr gut ausblenden. Foundation mit Sicherheit auch. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und da ist noch einer drin gewesen. Ah, clever. I see what you did there. Denselben Pinsel nochmal in wesentlich kleiner, sodass ihr damit auch vielleicht Concealer gut ausblenden könnt. Geil. Oh, richtig Spaß. Ist halt doof, weil ich die Sachen selber behalten würde. Das kenne ich auch noch nicht. Physicians Formula. Das ist ein Set & Glow. Ein Illuminating Powder und ein Dewy Balm. Das klingt sehr, sehr spannend. Vielleicht hebe ich das sogar auf für ein Physicians Formula Video. Weil auch hier, die Marke ist recht unterschätzt, meiner Meinung nach. Wir hatten sie mal vor ein paar Jahren getestet. Und die ist richtig, richtig schön. Nee. Ladies & Gentlemen, wir haben einen Gutschein. Aber guess what? Nicht nur einen Gutschein für 5 Euro bei Purish, sondern wir haben auch dazu einfach noch ein Produkt. Und zwar den Two Reasons Blush von Nabla. Die sind richtig krass. Du hast auf der einen Seite wie so einen durchsichtigen Balsam, mit dem du den Blush sehr glossy machen kannst. Und auf der anderen Seite eine Cream Color. Eine Farbe, die du so auf die Lippen, auf die Augen, auf die Wangen machen kannst. Dazu gibt es tatsache schon eine Review von mir. Und die Farbe ist Flasht Terracotta. Sehr, sehr tragbar. Wir haben einen Full Size Highlighter. Und zwar von einer High End Marke. Ofra. In der Farbe Rodeo Drive. Rodeo Drive ist die Farbe von Ofra. Ein sehr, sehr schönes Gold. Das ist, ich glaube sogar ein Dupe zu dem Anastasia Beverly Hills X Amruisi Highlighter. Rossmann. Den Hydro Booster. Wirkt sofort bei Augenringen. Mit kühlender Massagekugel, feuchtigkeitsarme Haut. Parfum frei. Super spannend. Ein Primer. Und den mag ich total gerne. Den benutze ich tatsache auch regelmäßig. Das ist der Love Skin and Respect Earth Primer von Catrice. Ist ein Hydro Primer. Ein feuchtigkeitsspendender Primer können wir alle gebrauchen. Immer. Und der ist aus 42% recyceltem Material, die Tuber. Und spendet 24 Stunden Feuchtigkeit. Hat keine Parabene, keine Mineralöle, keine PEGs, keine Silikon und kein Mikroplast. Nice. Passend zu dem Lip Liner von Max Faktor haben wir noch ein Liquid Lipstick von Manhattan in einer richtig spannenden Farbe. Geht so ein bisschen in die helle Haselnussbraun Richtung. Einen recht hellen Newton. No-hoo Mocker. Und wir haben noch ein großes Türchen. Girl! Ein Crash-Produkt. Lockenwickler Haarband. Super leichte Anwendung. Das ist diese Curly Girl Methode. Erstmal Girl Slay ist Luisa mit drauf. Lege das Haarband mittig auf den Kopf und befestige es. Also du kannst mit diesem Ding, hier ist sogar eine Haarklammer mit dabei, deine Locken machen, wenn du lange Haare hast. Finde ich super spannend. Obviamente kann ich das nicht benutzen, aber ich glaube, das war's. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil, also ich suche gerade ein Flop-Produkt. Flop-Produkt, was ist das? Vielleicht der Bruno Banani Stick, wobei du selbst dafür irgendwie eine Verwendung haben kannst. Also ich glaube, hier ist nichts drin, wo du sagst, das kann so direkt in den Müll. Entweder du benutzt es selber oder du verschenkst es. Ich verschenke definitiv alles an euch. Aber wenn ich mir den jetzt gekauft hätte und gesagt hätte, okay, ich als Kerl trage keine künstlichen Fingernägel, dann wäre das kein Problem. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass auch Produkte von Luisa drin sind, die es so noch nicht gab. Beispielsweise die Pinsel, gut, den Riesenosche, den kann man eh immer gebrauchen. Aber auch den Locken oder das Locken-Wickler-Haarband oder diese Skincare. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, das Ganze zu probieren. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Adventskalender mit rein. Ich verlinke ihn euch unten gerne einmal. Supportet gerne Creatorinnen und Creator, die es auch definitiv verdient haben. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart und würde vorschlagen. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.